Und herzlich willkommen zu Let's Play Dragons Dogma In der Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen Los, fall runter Ich guck jetzt schon mal, ob ich speichern kann Müssen wir dann nämlich diesen kleinen Teil nicht nochmal machen Dann werden wir einfach zurücklaufen Wir laufen einfach zurück Kann mich mal, der Typie Der kann mich mal Über der Hälfte war er schon Ah ne, da sieht man wieder Ohne Feuer, weil geht doch gar nix Ernsthaft? Heilen? Was denkst du denn da um so rum? Oh, das nehm ich da natürlich mit Kommt mit, kommt alle mit Jaaa 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 So, wir haben ein besseres Feld Jaaa Naja, halbwegs besseres Feld Zumindest ein besseres Feld zum Wiederbeleben Die müssen besser stehen Da ist zum Beispiel schlecht Alter, mach doch dein Feuer Jaaa Ist das denn so schwer? Na gut, wenn er die ganze Zeit stirbt, kann er natürlich kein Feuer machen Aaaaah Perfekt Doppelt ist perfekt Oh, oh, oh Oh, oh Jetsz ja nixre skion Oh je, oh je, oh je Da ist er So, den kann ich jetzt nämlich wiederbeleben Ah, shit Mit Explosionsfallen ist er richtig einfach Aber Das wäre zu einfach Komm schon Au Das war knapp Oha, der rustet gerade richtig aus Komm schon Komm schon Ja Er ist down Da war es nur noch einer Genau, bau erstmal ab Bau deinen Stress ab Aber der hat mir nur eine Sache jetzt gegeben So ein geiziger Oger So ein geiziger Oger So, dann können wir jetzt gleich speichern Nochmal Und dann hoffentlich diesen Oger da oben Richtig treffen Weil dann ist er richtig einfach Ach, der muss nur einmal richtig getroffen werden Ah, kacke Hier die ganzen Sachen hier, die werden wir nämlich auch noch brauchen, das weiß ich ganz Ja, da bin ich mir sowas von sicher Ja, weil ich mich das einem aufregt, da ich hier nicht alle das erste Mal auch eingesommert habe Oder die gaben sehr viel Geld Oh man, da ich mir jetzt nie so genau necker Wo bohrt der denn da ab, ey? Irgendwo da ganz hinten am Arsch der Welt Ich habe nicht viele Folgen, die ich jetzt schon gemacht habe Ich hätte jetzt eigentlich gedacht Ja, nach der Eskorte, da würde ich besser mal auf Aber dann habe ich ja noch erforscht Dann habe ich den Oger gemacht Dann habe ich für den anderen Oger nochmal zwei Folgen Für den hoffe ich mal, dass ich das jetzt in dieser Folge schaffe Oh, da ist ne Truhe Oh, da ist ne Truhe Let's have a look Was ist das? Oh, nochmal konzentrieren Oh mein Gott Den schaffen wir Den schaffen wir Nee Jaja, schwarz Also hier ist sowas Ich glaube damit Ah, und hiermit kann man auch nochmal Er muss nur herkommen Er muss nur hierherkommen Er muss nur hierherkommen Perfekt Ich hatte es ein bisschen effektiver in Erinnerung Aber okay Werde ich so lange meinen Feuerbach benutzen Und den schönen massakrieren Aber Hälfte, ne? Ging recht schnell runter Er muss nur hierherkommen Jaaa Jaaa Plupp Das war Nicht so gut Aua Oh, der ist Akku auf mich Der ist Akku auf mich Höh, was ist er denn jetzt? Ach da Der ist Akku auf mich Ach ja Immer in die Fresse rein Oh, oh Oh mein Gott Oh mein Gott Gerade jetzt muss der Feuerbuff weggehen War ja klar Ah, einer ist down Da ist er Was hat er für Leben? Kurz mal anhauen Ah, passt down Alles klar Oh Oh, weetard. Check and lose, Master! Take care when standing at the back. Now we'll gain the other blood. Extrude strength and steady. I've done ogres are bloodthirsty, Bruce. I cannot take much more. I can't get near us in this state. I've learned against that side. So. Ach, geschafft. Und, ja, noch in einer Folge. Perfekt. Und, ja, noch in einer Folge. Perfekt. Ja, dann bau du ihn da ab. Ah, der hat mir das gegeben. Hm. Ogapor. Ah, super. Ah, bin wieder mittelschwer. Ich könnte hier mal aufhören, mir die ganze Zeit hinterher zu rennen. Ich kann auch von alleine das hier abbauen. Ja, dann bau du ihn da ab. Ah. Ernsthaft? Normalerweise bleibt er da stehen. Jetzt ist er stehen geblieben. Ah, gut. Ja, und da ist noch eine schöne Schatztruhe. Und dann haben wir es geschafft. Yay. So, was hier so schön ist drin? Ah. Etwas, was mich schwer macht. Werde ich mal meine ganzen Sachen rüber geben. Boah. Da werde ich ja richtig reich, wenn ich mir das so anschaue. Hm. So. Oh, yeah. Oh, yeah. So, das reicht erst mal. Ist hier noch irgendwas schönes? Nee. Nee. Alles klar. Ach, dann geht's endlich raus hier. Ja. Ich müsste ja jetzt alles gekillt haben, was es hier so jippt. Und jetzt werden wir auch in der Nähe von der schwarzen Kapelle oder schwarzen Festung. Äh, ich weiß grad nicht, wie genau das heißt. Ich kann's ja mal auf der Karte zeigen. Hier gibt's auch nochmal, ähm, ringsrum ein paar Adern. Ähm, aber hier, wenn man richtig Geld machen will und das durchärzen wird, ist das hier die beste Möglichkeit. Ähm, ich find dir erstmal die Folge, wir sehen uns in meiner nächsten. Bis dann. Tschüss.